Den Scheiß. Hierbei kann ich gleich sagen, Ike du kannst du gerne mal das Questbuch öffnen. Ich habe nicht mitbekommen, dass Ike die Aufnahme gestoppt hat, weshalb ich die Questmaschinenframe schon gemacht hatte offline. Okay, Tod für Darko. Du kommst dem Tod immer näher. Vor allem meine Rüstung ist kaputt. Hau mich bitte 2-3 mal, dann ist mein Helm auch im Arsch. Ich verliere einfach nicht mal Herzen. WTF? Doch, jetzt. Jetzt kann ich Disco Egg spielen. Wo? 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 Wo ist die coole Brille? Ich hatte noch so eine bunte Brille. Da ist sie. Oh, und das mit dem Haarschnitt. Ja. Die Mischung ist eine Bombe. Ich weiß. Hier rein damit. Warte mal. Ich brauche ja 18 Stück davon. Oh nein, ich muss noch mehr herstellen. Okay. Danke. Ja. Das. 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 Und das. Und das. Und das. Das. Ist das nicht mein Quest. Was denn. Was hast du dir hergestellt. Der Magna Crucible. Ah. Doch ich brauche beide. Vergiss es. Ja. Dann stell beide her. du hörst ja den nervigen sound hier damit wirst du was anfangen können dann kann ich schon noch mal den hier herstellen und quest s ok so den haben wir schon und what the fuck das war eine einzige quest gerade ach stimmt ich hatte ja diese machine dinger schon in der letzten aufnahme aktiv das ist für dich hier aber die torch wo mach ich die oh ich brauch steam haben wir steam ja nein die flüssigkeitssteam brauch ich achso ne die haben wir nicht ich brauche lava upgrade power äh äh wasser rf und steam wir haben noch doch steam im efab du redest vom efab jetzt oder ja ja einfach starten haben wir alles nein ich kann aber nein wir haben wir haben kein steam liquid brauchst du doch nicht steam machst du mit wasser und hinten den boiler drück hier auf start hier steht doch auf start kannst du machen ich klicke auf start geht nicht mir wird auch kein rezept angezeigt unter start dort müsste normalerweise die mega torch auftauchen lava brauchen wir wir brauchen liquid steam rf und upgrade power aber warte 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 efab ähm die dinger haben wir das digital upgrade kommt noch nicht ach wir haben die ganze upgrade doch das haben wir ist nur ein upgrade lava haben wir block of steel das ist block of tungsten kein steel du ja gut hat sie aber jetzt geklärt oder nö da ist block of steel drin oh wir brauchen 8000 millibucket lava so schnell ist der magma crucible nie im leben ich glaube an wie lahm das teil ist ja ne 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 ich gehe in den neta welche holen ich will vorher noch ein paar noch mal vier dinger hier herstellen äh tanks wo ich extra lava mit hoch bringe glasscheiben brauchte ich dafür so endlich meine verdammte wo sind die ganzen glasscheiben hin die kannst du ich kann die doch nicht schon verballert haben wir haben nicht genug achso hast du schon gesagt gehabt so da haben wir nochmal zwei tanks für vier hat es nicht gereicht dann äh achso warte mal bevor das dann kann ich hier die restlichen letzten teile noch herstellen äh äh so derzeit die schlaber holen so 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 Ich tu dir die Canes in deine Cainkiste, oder? Was für Canes? C-A-N Achso, ja. Was musst du überhaupt feststellen, bitte? Oh, das ist gleich vorbei. Ach, dahin ist der ganze Strom. Jetzt lasst mich doch in Ruhe, ihr Kackpropel. Das war knapp. Das war sehr knapp. What? Ich bin mittlerweile froh, dass wir den ganzen Thor das Scheiß aufbewahrt haben. Ja, da ist ein unsichtbarer Block. Scheiße, wie komme ich jetzt hier runter in die Lava? Ich hasse diese unsichtbaren Blöcke, wenn die Picke zu schnell abbaut. Das hat leider noch nicht so ganz funktioniert. Mach mal was ganz anders. Hier unten hat man doch noch Lava. Hier. Das, das, das. Das nicht. Und das. Das, das. Und den da. Das, das. Ja, das. Äh, jetzt. Da rein, äh, da leck mich doch mal am Fuß, ey. Da wäre ich fast in die Lava geplumpst. Okay. 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 Das TNT kommt erst einmal da rein, da fehlt ja noch ein bisschen was und zwar die Dinger die müssen jetzt auch fertig sein. Dann das da. Das und das, 13 davon, 13 davon, fertig. So wie wird der jetzt aufgebaut? Leck mich am Arsch, unterirdisch. Kannst du mir die Branch geben? Was wie wo? Hab ich die noch? Ah, okay. Yep, das wird unterirdisch aufgebaut, nice. Also, wo man den, äh, ja, den Miner hinbaut, ist scheißegal, oder? Den von Tech Reborn? Den von... Du meinst doch den Ohrminer, oder? Den Volt Ohrminer. Ja, das ist egal. Solange, äh, du kannst Oberirdischen bauen, du musst aber bis zum, äh, Bedrock runter ein Loch haben, damit der Laser durchkommt. Och ne. Yep. So. Das sind, ist komplett voll gebaut, okay. Ich hab, ich hab, äh, 20 Strukturplänen. 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 Strukturfra- Framerplänen. Hey. Äh. Oh. Ah. Wie hier waren das? 20. Ähm, kurze, aber wichtige Frage, Ike. Hast du dir, bevor du auf die, äh, von Start auf die Mega-Torch geschaut hast, angeschaut, wie viel Strom du baust? Nö. Weil, sonst bricht das wahrscheinlich ab, weil 6 Minuten ist irre lang, da verbraucht safe mehr Strom als wir haben. Im kompletter Multi-Block? Hm. Hm. Ach, was ist das Problem jetzt schon wieder? Ach, Mitte ist hol. Nö, hat sich erledigt. Und fertig, der Impulsiv-Kompressor. Nice, nice, nice. Und für was wollte ich denn jetzt? Irgendwas war doch da, irgendein Rezept. Irgendein Rezept war doch da. Oh Gott, was war denn das für ein Rezept, für was ich das brauchte? Ne, das hab ich ja schon. Da brauch ich nur noch die Iridium Alloy Plate. Die Iridium Alloy Plate. Ah, ja gut. Das hab ich ja schon einmal hergestellt. Mhm. Dann geht die nächste Quest nämlich auch fertig. Iridium Alloy. Brauch ich lecken. Das hier, okay, dann machen wir die erste mal einmal. Ehm. Hä? Ich hab doch den Spaß gerade da rausgenommen. Wo? So. Achso, das Ding hat noch gar keinen Strom. Ähm, ja, Darko? Ja? Du hast Stromkabel noch parat übrig. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass die reichen. Ich brauche ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm, ich schmeiße die runter, ich hab nur 4. Ne, das sind 6. Was? Ich hab ohne welche abgebaut hier unten, die nirgendwo angeschlossen waren. Ja, da hab ich die Zelle rausgenommen. Da war noch ne Speicherzelle dran geschlossen. So. Ja, aber das reicht wirklich nicht. Und ich würde bei den Maschinen sowieso die erstmal auf Hadenden upgraden, weil Lead reicht von der Power definitiv nicht. Ah, ein einziges fehlt noch. Warte mal ganz kurz. Ähm. Ha, ich hab's. Aber wie gesagt, du musst die glaube ich erst upgraden, weil Lead reicht definitiv von der Power nicht. Ich brauche erstmal nur eben so einen Kack-Ingelt hier herstellen. Ich muss dann eh wieder diese Eloi-Dinger machen. Jo, da haben wir's doch schon. Iridium Eloi Plate. Ist instant fertig gewesen. Der andere kommt nicht mit Strom hinterher und der verbraucht gar nicht so viel oder wie. Scheiße. Ja, der verbraucht mehr TNT. So, da haben wir jetzt das. Und jetzt brauche ich nämlich nochmal so ne Iridium Platte. Das heißt vier Iridium, vier Advanced Eloi Platten, ein gecrushter Diamant. Iridium, Iridium, wo bist du bloß? Ähm. Eigentlich ist egal welchen Tank ich mit ner neuen Substanz fülle. Innen von den leeren kannst du befüllen. Ja klar. Ich brauche Iridium Hammer. 64 Stück. Ähm. Hier. Crush. Los. Danke. Ähm. Bitte nicht das Team rausnehmen, falls es Gott getan hat. Ich hab nur mein Diamant rausgenommen. Und die Advanced Eloi. Leuplatten hatten wir doch auch noch irgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Nein. Ich sag nicht. Nein. Da. 1, 2, 3, 4. Oh, danke ey. Einmal zu. Denn die oben eigentlich mit dem Elf hab ich schon angeschlossen. Die Reihe oben. Das ist alles verbunden. Ähm. Das ist alles verbunden. Ähm. Da. Deine Megatorche. Jo. Ganz ehrlich, das Ding drei Sekunden, dann ist so ne Platte fertig da hinten im Explosivteil. Okay. So, jetzt hab ich hier dunkle Asche für was auch immer. Ähm. Da mit rein. Dann machen wir ganz kurz die Quest. Ferral Flare Laterne. Na ja. Könnte besser aussehen. jetzt brauche ich die Dinger. Da haben wir das. Jetzt brauchen wir das da. Und nächste Quest erledigt. Es gab Juju Meta. Juju Meta. Juju Meta. So, das Underset kommt da rein. Den Kack braucht man jetzt. Ähm. Ach das war das. Hast du noch einen Advanced Blog? Den wohl... Was ist denn Advanced Blog? Ähm. Von Tech Rebirth. Advanced Maschinenfilm. Oh danke. So. Nächste Quest. Wird wohl erstmal keines sein. Ähm. Wenn du eh grad ne Pause machst. Ich... Moment. Wir beide kommen gleich echt nicht mehr weiter ohne Sludge. Und ich verbringe hier schon 40 Minuten mit dieses komische Rezept irgendwie hinzukriegen und kriegst du nicht auf die Reaktion. Dann gucken wir definitiv offscreen.